Also Jugend trainiert gefällt mir sehr gut. Ich freue mich schon sehr auf den Lauf und ich finde die ganzen Spiele, die wir machen können und die ganzen Geschenke, die wir bekommen, echt cool. Ich finde es sehr toll hier. Es sind echt hier viele Parcours, so verschiedene Sachen, die man hier machen kann. Und ja, das ist der Stern. Ja, man braucht ja irgendwie so einen Antrieb, warum man das macht, diesen Sport. Und das ist, also ich weiß das selber noch von mir früher, wenn man so diese Sportler dann sieht bei Olympia und man irgendwie weiß, man möchte da auch hin und sieht dann diese Freude, die sie einfach daran haben. Das motiviert einen mega. Und das ist natürlich jetzt dann auch, nachdem ich das geschafft habe, für mich umso schöner, dass ich jetzt auch so ein Vorbild sein kann. Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind halt mit der Fußball-WM zwei der drei größten Sportevents der Welt. Und das ist einfach ein, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich allein davon rede. Es ist einfach ein unfassbar geiles Ziel, wenn man als Athlet weiß, dass ich da eventuell mal hinkommen könnte. Alle Formate, die dafür sorgen, dass Kinder animiert werden, sich wieder zu bewegen, sportlich zu bewegen, finde ich aller Ehren wert. Und deshalb ist da der Senat auch gerne mit dabei, sowohl mit der Bildungsverwaltung als auch mit der Innenverwaltung im Sport. Da erinnere ich mich auch an meine Zeit damals über die Schule, habe ich mit dem Sport begonnen. Und ich glaube, das zu unterstützen, ist genau der richtige Weg.